ja moin moin es ist dienstag der achte achte genau und ja ich glaube jeder weiß dass ich jetzt mit der fdp relativ wenig am hut habe und dass ich auch vor allen dingen christel lindner als ziemlich unangenehm empfinde zumal dieser mensch halt auch nichts dazu gelernt hat dadurch dass die hat nichts dazu gelernt aus dem weswegen die aus dem bundestag geflogen sind das ist für den hat einfach immer noch nur ein schluck auf gewesen so gibt er sich zumindest okay nach dem motto tatsächlich ein blindes huhn findet auch mal ein korn hat er jetzt ja tatsächlich was gesagt was was überall irgendwie sofort mit den überschriften bedacht wurde lindner gibt den putin verstehe wo ich mir dann jedes mal so im ersten moment gedacht habe naja wie sollen das auf der einen seite wie sollen das auf der anderen seite passt ja eigentlich auch warum weil es wird ja immer gerne so getan als wenn als wenn als wenn putin immer noch im grunde genommen das ist sowas wie die wie immer noch der kommunismus das ist ein faschist putin das ist ein ganz klar faschist das ist ein diktator nichts weiter der lässt schwule verprügeln der ermordete oppositionelle beziehungsweise sperrt sie ein und journalisten die irgendwie gegen ihn recherchieren die werden ermordet das hat nichts mit links zu tun das passt schon ganz gut zu rechten also zumindest menschen damit meine ich jetzt nicht rechtsradikalen wie die csu sondern zu rechten menschen wie christian lindner der ist konservativ rechts rechts autoritär ist der hat noch nichts mit bürgerrechten mehr zu tun großartig der so die große hoffnung die man noch haben könnte dass jetzt da eine bürgerrechtspartei wieder reinkommt die sich dafür einsetzt dass unsere bürgerrechte halten ja ja die sollen auch erhalten bleiben aber nur solange sie der wirtschaft nicht schaden wenn sie die wirtschaft schaden sind sie auch weg keine sorge das ist ein autoritär rechtsdenkender mensch der passt aber wunderbar zu putin deswegen habe ich überhaupt nicht habe da gar nicht großartig hingeguckt was er überhaupt gesagt hat weil das passt so wunderbar tatsächlich hat er ja gesagt irgendwie das habe ich jetzt tatsächlich noch mal noch mal genau rausgeguckt es hat er dann der bild gezahlt gesagt alleine deswegen wollte ich das schon nachgucken oder aber springer presse kalte drücken runter ich konzentriere mich ich versuche mich zu konzentrieren dass ich das überstehe jetzt hier dass ich hier springer presse zitiere also er sagte wohl der bild es gibt keinen kuscheltroß wir wollen keine sanktionen ohne gegenleistungen lockern er finde sich aber auch nicht damit ab dass eine eskalationsspirale und ein rüstungswettlauf drohten das signal an moskau sollte sein dass russland einen platz im haus europa hat wenn es sich wieder an die hausordnung hält solange das nicht der fall ist kann es keine kooperation geben und er betonte die annexion der krim war ist völkerrechtswidrig so was ist da jetzt daran tatsächlich der putin verstehe das weiß ich jetzt auch nicht wirklich ich glaube dass sie das kann man eher dass er sieht es hier tatsächlich also ich kann mir das bei ihm so schlecht vorstellen da gebe ich ihm einfach zu wenig credit für aber genau so sieht es doch auch aus oder nicht also erst mal dass wir russland zu einem aggressiven haltung getrieben haben also jeder der das jetzt noch irgendwo dass wir zumindest wir damit meine ich jetzt nicht deutschland alleine sondern man meine ich vor allem die nato und auch die eu aber halt auch mit deutschland zusammen jeder der das noch irgendwie bezweifelt naja der wird es halt auch nie rellen dass wir da auch eine mitschuld dran haben an dem aggressiven verhalten russlands wir haben diesen russischen bären halt immer wieder gepiekt immer wieder gepiekt und provoziert jemand wie putin lässt sich halt nicht so richtig provozieren das ist eben kein erdogan der lässt sich nicht provozieren weil er genau weiß wenn er diese provokationen zulassen würde dann wäre weg vom fenster zu hause der hat sein image und seine seine staat seine macht in russland aufgebaut indem er den starken mann markiert hat wenn er das diese provokationen die wir da gemacht haben mit der nato mit der eu zusammen gegen russland wenn er das hinnehmen würde dann würde er schwach wirken und das würde ganz einfach bedeuten der würde hinweggefegt werden von dem nächsten starken mann das weiß der auch der ist ja nicht komplett blöd also was sollte er tun ich will nicht sagen dass wir ihn dahin getrieben haben dass er die krim über fallen überfallen das ist ja quatsch selbstverständlich nicht aber ein aggressives verhalten das ist definitiv unser verdienst und noch mal nicht unser verdienst als deutschland alleine sondern deutschland innerhalb der gemeinschaften eu und innerhalb der gemeinschaft nato so was die linke bisher immer wieder gemacht hat ist gesagt wir haben diese krim annexion da gab es natürlich auch so ein paar vollpfosten bei den linken die dann gesagt haben das ist schon okay was er macht das geht natürlich gar nicht so was aber generell dass die offizielle verlautbarung der linken war wir müssen von dieser eskalations spirale weg und wir müssen im grunde genommen auch weg davon dass wir uns hier dass der armeen direkt an der russischen grenze stehen und da üben das ist eine provokation ganz simpel so und das er kennt jetzt herr herr hier wunde genommen herr lindner an und das deswegen ist der putin verstehe das ist ja echt schwachsinn sowas so und warum ich jetzt heute darauf wirklich darauf hin zu dahin weg komme ist jetzt dann halt eigentlich jetzt kommt dann halt tatsächlich da steht ich habe jetzt hier die taz weil das ist so besonders plakativ bei denen heute gewesen aber keine sorge das steht bei allen anderen publikationen steht das auch nur nicht ganz so plump wie jetzt hier bei der taz habe ich habe jetzt tatsächlich genau deswegen jetzt ausgegriffen linkes lob für lindner wagenkrecht zu krim äußerungen sarah wagenknecht begrüßt die äußerung christian lindners zu krim so und jetzt sie denken jetzt kommt ein artikel über sarah wagenknecht oder so beginnt dieser artikel linkes lob für lindner und sarah wagenknecht begrüßt aber so tatsächlich kommt irgendwas zu sarah wagenknecht kommt vor ab der mitte des ersten absatzes bis zu ende des ersten absatzes hier sagt sie tatsächlich im grunde das einzige was hier gesagt wird ist sie sagte und zwar in den zeitungen der funke mediengruppe auch aus gründen von frieden und sicherheit in europa sei es dringlich zu den traditionen der entspannungspolitik also ne das ist hier willi brand politik zurückzukehren wenn die spd sich auf diese außenpolitischen traditionen besinnt ist das begrüßenswert mehr sagt er gar nicht so dass es jetzt linkes lob für lindner oder was ich bin jetzt kein großer freund von sarah wagenknecht ich finde sie ist einer der gründe warum die grünen entschuldigung die grünen sage ich schon warum die linke nicht zu potte kommt warum die sich nichts nicht nicht nach oben und nicht nach unten entwickelt warum denn nichts passiert warum die stabil auf einem wert festgefroren sind glaube sie ist ein ganz großer grund dafür warum das so ist hat auch viel was damit zu tun mit ihrer darstellung innerhalb der presse das gebe ich gerne zu weil wenn man sie tatsächlich mal live erlebt hat ist das ist das ganz anders und sicherlich ganz anders vor allen dingen als es in der presse häufig dargestellt wird aber sie ist halt eine absolute reizfigur und sie ist so rhetorisch gut wie sie ist und so intelligent wie sie in vielen dingen auch tatsächlich ist ein absoluter hinderndes grund für die linke um zu profitieren von solchen sachen wie eben dem schmuh den die cdu macht zu profitieren davon dass eine rechtsradikale partei wie die csu im grunde genommen jetzt bald den innenminister stellen wird da müsste normalerweise die linke von profitieren macht es aber nicht wegen sarah wagenknecht also ich will das jetzt gar nicht ganz genau an nur an ihrer person festhalten aber es ist einer der gründe davon und vor allen dingen wie sie in der presse dargestellt wird hier wird so irgendwie dargestellt von wegen da haben sich ja zwei putin versteher getroffen lindner und die alte putin versteherin war wagenknecht ich wette dass sarah wagenknecht mit putin überhaupt nichts anfangen kann mit den politischen positionen von wladimir putin mit sarah wagenknecht bin ich mir ziemlich sicher nichts anfangen können die ist kein putin versteher und das sagt sie hier auch nicht sie möchte ganz gerne dass wir als bundesrepublik deutschland wieder zurückkehren zur entspannungspolitik eines willi brinns ist das so schlimm es gibt sogar menschen die sagen naja der kanzler der einheit kohl mach ja sein dass es in seiner amtsperiode passiert ist er hat da relativ wenig für getan tatsächlich dass es eine einigung gibt da würde man sogar eher sogar fast sagen können dass franz josef strauß da wesentlich mehr für getan hat als helmut kohl über tote nichts schlechtes ich bin schon völlig klar aber ja wer wirklich den anstoß dafür gegeben hat ist ja ist die komplette 180 grad wendung der außenpolitik deutschlands unter willi brandt alles was davor gewesen ist hat nur dazu geführt dass das alles nur noch dass es tatsächlich wie in einer spirale immer weiter sich verschlimmert hat willi brandt hat da komplett den bruch gemacht und gesagt nein wir gehen jetzt in die andere richtung das bringt nichts das würde man zu einem so einer so einem menschen wie schäuble mal wünschen dass er mal sagen würde nach nach zehn jahren neun jahren griechenland immer und immer und immer wieder das gleiche zu machen und es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer einfach mal zu sagen cut wir machen jetzt mal das komplette gegenteil davon weil das bisherige hat ja nicht geholfen aber es sind ja erst neun jahre na klar 70er jahre hat ja auch 25 jahre gedauert bis wir ja in unserer russland politik uns da geändert haben ne schon völlig klar hat griechenland ja noch einfach mal 16 jahre zu leiden ok äh ja aber genau es fordert doch niemand dass wir jetzt hier best buddies mit putin sind und dass wir ihm alles nachgeben sollen weder lindner fordert das noch noch wagenknecht wagenknecht und wagenknecht sagt sowieso sie sagt sowieso ne also wenn sie tatsächlich die fdp zurückkehrt zu diesen außenpolitischen traditionen in anführlichen klammern eines willy brandt und einer spd dann ist das begrüßenswert linkes lob für lindner tja was machen wir jetzt da draus das ist mieser journalismus ganz ehrlich das ganze thema ist im grunde genommen erstmal völlig egal das ist mieser journalismus und ich habe jetzt hier die taz rausgegriffen ich sage es nochmal bei allen anderen liest sich das ähnlich niemand geht darauf ein was christian christian lindner gesagt hat tatsächlich sondern da ist nur das ist wie beim pavloschen hund mal wieder da geht irgendwie die die da hört man den begriff putin und entspannung und auf putin zugehen und sofort ne wie die pavlosche pavloschen hund die glocke fangen die alle an zu sabbern und sagen putin verstehe putin verstehe putin verstehe das kommt sofort als reaktion putin kriegen die alle wackelkopf da wird auch nicht geguckt was er wirklich sagt sondern wird einfach da kriegen die einfach ein wackelkopf das ist mieser journalismus und zwar ganz mieser wie gesagt ich habe die taz hier rausgegriffen nochmal das ist bei allen anderen nicht anders hier ist es nur besonders plakativ gerade in diesem in diesem bericht und nochmal ganz deutlich wehem hier unterstellt mir irgendjemand ich bin ein putin verstehe ich könnte nicht weiter entfernt sein von putin ich würde jetzt fast sagen free pussy riot aber ja also ähm putin gehört zur csu da gehört er hin und mit der csu habe ich bekanntlich nix am Hut und mit dem und mit dem